Hallo Leute und willkommen zurück zu South Park The Fractured Butthole. Wir sind immer noch in Professor Chaos Versteck, ist ganz schön weiträumig das Gebiet hier. Und ehrlich gesagt, aber bitte nicht allzu ernst nehmen, dass ich will eigentlich gar nicht so wirklich viel meckern, aber es ist ein bisschen eintönig, oder? Ich meine, es ist ja ganz nett, so wie er das hier dekoriert hat, hier mit diesen komischen Leuchten da, aber es ist halt einfach nur mal ein endloses Netzwerk von irgendwelchen Lagerräumen. Naja, aber ich denke mal, allzu lange wird es hier auch nicht mehr gehen. Nein, das sieht schon... Oh, ja, also der Kuhn hört schon die Katzen. Das kann zwei Dinge bedeuten, entweder wir sind kurz vorm Ende... Äh... Okay, jede Taste bedeutet Chaos, sehr kreativ, Butters. Ja, entweder das, oder er hat so oft einen auf den Nischel gekriegt. Oh, kleinen Moment, ich speichere mal lieber vorher. Sorry, aber das muss jetzt mal sein. Sonst muss ich das alles ja nochmal spielen. Hey, was zur Hölle? Wer ist das? Oh man, Methets, oder? Der Selbstjustizler. Ganz genau, der Kuh. Und so ein kleines fettes Kind. Ist das nicht Bruce Village? Das ist echt Qualitätsware. So eine Katze würde direkt an den Boss gehen. Du Idiot! Du sollst sie nicht erwähnen! Jetzt müssen wir die Scheiße umlegen! Ach was, ihr werdet stattdessen umgelegt. So, ich kann Toolshit immer noch nicht mitnehmen, aber... Ich weiß nicht, ob Super Craig hier vielleicht noch ein bisschen besser wäre. Ach nee, ich lasse es jetzt noch so. So, und jede Menge Fässer, mit denen kann ich bestimmt lustige Sachen anstellen. Ach, Alter, sag das doch nicht, dass... Das klingt... Das ist immer... Das ist... Also, weißt du... Zeug. Okay, pass auf, dann machen wir erstmal die Fässer hier weg. Ah, ein bisschen Platz. Ja, geil! Ich kann die Fässer zum Explodieren bringen. Okay. Das ist mal cool. Dann, wie weit rechten der taunt? Der reicht drei Felder weit. Da komme ich also erstmal noch an niemanden ran. Dann würde ich einfach mal sagen, ich gebe mir selber mal ein Schild. Ist immer eine gute Eröffnung, sich selber zu schützen. Ich mache Pritz für Diabetes. So. Du, ah nee, dann stehe ich hinter ihm, ne? Ja, das ist nicht so günstig. Okay, dann geh du doch einfach mal hier hin. Und schütz dich. Ich weiß nicht, mit was ihr es hier zu tun habt. Mit Chaos, weiß ich schon längst. Meine Laser sind wieder komplett aufgeladen. Jetzt kann es losgehen! Nee, ich würde ehrlich gesagt, ich hätte ehrlich gesagt lieber, dass du hier den Käpt'n marschelst. Damit er dann gleich reingehen kann. Du kannst wohl Hilfe brauchen. Korga! Was geht ab? Mit dem Selfie-Stick. Alles klar. Äh, also sind wir jetzt der Fünfte oder was? Ich rufe ein Feuer nicht bestimmt gerade an, Korga! Cool. Ja, würde ich auch sagen. Und dann schauen wir doch einfach mal, was sie jetzt kann. Schlag mit dem Selfie-Stick. Verprügle einen Gegner und füge ihm eine Verlangsamung zu. Hä? Dann, verursache bei einem Gegner Schaden und eine Verteidigungsverringerung mit dem Handy-Zerstörer. Geblockt, du erhältst einen Block und erzürnst einen Feind. Okay, sie kann also auch Feinde taunten. Hm. Also, ja, ich weiß. Okay, dann würde ich sagen. Alter, Moment. What the fuck? Das funktioniert einfach mal übers komplette Feld. Pass mal auf, dann lasse ich mal das Wasser explodieren. Krass. Okay, Korga ist cool. Hier brennt schon alles. Ja, stimmt. Die beiden sind ja auch noch zusammen. Oh, Käpt'n Diabetes hat hier gar kein gutes Gefühl. Papi! Geil. Wow, pass auf! Haha, hier fliegt einfach mal alles in die Luft. Ich glaube, wir töten die am Ende wirklich, oder? Naja. Schön mit dir zusammenzuarbeiten. So. Hey, Kumpel. Guck mal hier. Greif mich an. Komm her, ich hab coole Musik. Barbara Streisand. Neue Single. Hä. Ich werde dich besiegen. Ja, das wirst du. Und zwar mit einem Kopframmer. Wirst du gleich zwei wegholen. Okay. Krabups. Wir haben überhaupt keine Chance. Ne, echt nicht. Damit willst du mein Schild durchdringen? Das glaube ich aber kaum. Das habe ich im Verbrecher-Kent gelernt. Das Geld hättest du sparen können. Wie packen wir easy. Korgal hat deine Nummer. So, Korgal. Ich brauch nochmal deine Wahnsinns-Fernkampfkräfte. Die ist echt cool. Das wird ganz bestimmt nicht sein Tag. Ist aber auch günstig, dass die Methads hier Smartphones dabei haben. Sonst würde das nicht funktionieren. Und ich hab ne Filtermaske gekriegt als Kostüm. Und das ist cool. Okay, okay, hör zu. Das hier ist nicht unser Ding. Der große Boss hat alle Syndikate unter sich vereint. Die Italiener, die Russen, die Sexquässler, alle arbeiten für ihn. Wir tun nur die Katzen bis in die Drogen und den Alkohol. Wer ist der große Boss? Er macht das nicht mal wegen Geld, Mann. Es heißt, er will einfach nur eine Welle von Gewalt auslösen. Wow, das hört sich gruselig an. Das ist gar kein Ausdruck dafür. Und jetzt wird der Boss erfahren, dass wir gesungen haben. Die sind tote Männer. Sich selbst zurechnen, nur weil die eigenen Größen wahnsinnigen Pläne versagt haben. Dafür hab ich kein Verständnis. Echt krass, Alter. Los, Jürgen! Ja, Mann, wir haben die Typen echt umgelegt. Halt die Schnauze. Ich trete ja gleich um dein Allerheiligstes. Oh, cool. Kann sie jetzt Sachen hacken oder was? Äh, hallo? Äh, kann ich das hier... Benutzt du das Keybed? Ja? Ach so, ach, ich bin... Sagt mir doch, dass ich blind bin, Freunde. Da unten steht der Code und ich seh den einfach nicht. Halt. Also, manchmal hab ich's. Aber gut, okay, ich bin auch etwas müde. Hä? Zugangscode. Null. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ach, Mann. Nochmal. Nochmal. Ich komm gerade von der Arbeit. Das war ein langer Tag. Und ich hab schon wieder irgendwelche Ausreden dafür, dass ich doof bin. So. Damit hab ich mich jetzt selber gedisst. Dann müsst ihr das nicht mehr in den Kommentaren tun. An den Chaosballwerfern kommt niemand vorbei. Wir müssen irgendwie zu der Leiter kommen. Jeder Mensch und jede Kreatur. Ja, ich seh da schon was. Das heißt auch Duduflapp. Ach, was soll's? Den ist sowieso nicht mehr zu helfen. So, Freunde. Hier kommt der Sturm. Ja, einen coolen Feuerwerk. Das müsst ihr euch nicht mehr so cool finden. Obwohl, selbst wenn ihr in die Luft fliegt, ist es immer noch cool. Chaos, kann man nicht entfliehen? Und wieso? Oh, äh, vielleicht doch. Ein Feuerwerk kann so gefährlich sein? Und wieso, äh, haben die diese Ballwerfer nicht einfach eingesetzt? So, diesmal bin ich aber zuerst dran in die Arschgeigen. Hä? Wieso haben die da vier solche Ballwerfer stehen und sagen, ihr kommt niemals an den Ballwerfern vorbei? Und obwohl sie genau wissen, dass ich versuchen werde, an den Ballwerfern vorbeizukommen, äh, machen die einfach mal nix. So, ich nehm' auf jeden Fall Wendy mit. Die ist voll geil. Also, sie ist voll gut im Kampf. Die, die, diese Art von geil, ne? Ihr wisst schon. Nicht auf die perverse, pädophile Art geil. Ob Frieden, Perl oder Kuhn-Friend, ich find' dich cool. Ja. Gut, lass uns kämpfen. Ah, okay. Die können jetzt auch Verbündete treffen. Heule dich Chaos oder zahle den Preis. Und der Typ geht genau in die Schussbahn. Du bist nichts gegen den Meister. So, halt, Moment. Du machst mal deinen Bohrer. Nimm das! Ach! Irgendwo ist immer Hai nun. Irgendwo ist immer Hai nun. Genau, ich würde einfach mal sagen, du holst dir mal den hier hinten, der ist schon ganz schön angeschlagen. Ja, wirst du. Aber du wirst nicht mehr reden können, um dich zu beklagen. Nicht doch, es sei denn, du hast es verdient. Ah, ah, Schluss jetzt! Ich bin drin. Okay. So, damit wäre der schon mal raus. Wiew, wiew! So geht's! Und du machst einfach, du machst im Grunde genommen gar nichts. Du stellst dich jetzt einfach hier hin und schildest Stan. Weil der wird dann wahrscheinlich nicht angegriffen, weil er so weit vorne steht. Ha, ha! Abgeknallt von der eigenen Waffe. Mach's gut! Trottel. Ja, so, pass auf. Ne, halt, Moment, warum begebe ich mich überhaupt in die Gefahren zu und ich kann den hier machen? Zurück! Wie wir es mit ein paar neuen Buche aufsetzen für etwas mehr Pepp. Oh ja, ich brenne. Man kann natürlich jetzt ja, okay, da hinten stehen noch welche, die werden jetzt wahrscheinlich ins Spiel kommen, oder? Ja, jetzt bist du mal dran. Ähm. Ja, wieso eigentlich nicht? Okay, mach das einfach mal auf diese Waffe, was auch immer das bei dir bringen soll. Die hat ja keinen... Oder? Haben die Ballwerfer auch einen Social Media Account? Und abgeschickt! Jetzt kennt das Internet! Alter, der hat gepinkelt. So, pass mal auf. Äh. Nee, ich würde lieber... Hm, Moment. Okay, ich stelle mich hier hin und laser den Hund. Cool! Troll im eigenen Saft geschmort! So, da bin ich dran. Und ich würde sagen... Was könnte ich denn mal am dümmsten jetzt machen? Also, was ich am dümmsten machen kann, weiß ich. Aber was wäre sinnvoll? Mich selbst zu schilden, zum Beispiel. Oh Gott, da kommen die Großen. Es ist, glaube ich, echt taktisch gut, wenn du einfach diese Ballwerfer stehen lässt. Weil du kriegst damit praktisch Free Damage auf die. Ja, und zwar wieder der Bohrer. Damit rissst du nämlich gleich zwei auf einmal, die du auch gleich ausschaltest. Schöner Multischuss, Toolshed! Nice! Ah, oh Gott, wie du... Ja! Ei, ei, muchachos! Oh, ich hab die Ulti! Und die würde ich jetzt gerne mal von Calldor sehen. Noch mehr Aua. Okay, das bringt wie immer nichts hier. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ich gehe hier hin. Und schilde mich selber. So, jetzt bin ich dran. Und ich hab hier einen schockierenden Angriff für dich. Zack, tschüss! Nein. Daran hab ich nicht gedacht, sorry. Aber egal, jetzt ist er dran. Und er macht mal den Flächen hier. Sehr gut, ein bisschen Autopoly-Tot drüber und alles ist gut. So, Callgirl, dann zeig mal, wie deine Ulti so aussieht. Oh, Flashmob. Verursache bei allen Gegnern Schaden und eine Verteidigungsverringerung. Sehr cool. Operation F17. Chin-Pokémon-Ko. Und jetzt stell dir dazu richtig teure Lizenzmusik vor. Hi. War das schon zu spät? Einmal aussetzen, bitte. Auf ins Gefecht. Geil. Aber wie cool, dass wir das benutzt haben. Laut Wetterbericht hagelt Schläge. Laut Wetterbericht gibt's Lasering. Drachen fliegt, Drachen sieht. Alles klar. So, pass mal auf. Ich würde sagen, nee, als nächstes ist der Ballwerfer dran. Deswegen, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Kann ich sie von hier aus schilden? Nein, kann ich nicht. Kann ich sie von hier aus schilden? Ja, kann ich. Ich finde, ich habe gar keinen Fall, dass sie down geht. So, die Krabbums. Jetzt werden Schurken genagelt. So, du... Wieder dieser Spruch. Der ist echt nicht so gut. Ja, ich lasse dich doch gerne ran, mein Spatz. Dann kannst du nämlich jetzt auch mal... ...noch eine andere Fähigkeit einsetzen. Zum Beispiel deine Selfie-Stick-Prügel. Ach, wie süß. Er kann gar nichts mehr wokos machen. Danke, sag ich mal. So, du machst das, was du am besten kannst, nämlich Leute beschützen. Und ich... ...bin nicht in der Position, irgendwas zu machen. Deswegen schütze ich jetzt die. Bitte schön. So, Kumpel. Einmal die Wurzelbehandlung von unten. Das ist mal ein Einlauf. Ja, und du kannst ihn jetzt mal fertig machen. Haia! Dass der Selfie-Stick sowas aushält... Wenn ich gewusst hätte, dass die Dinger so bewusst sind, hätte ich mir auch einen besorgt. Naja. Schmerzbringer von Gaia und 1,40. Und ich denke mal, jetzt müsste Professor K als persönlich kommen, oder? Komm jetzt, ich wäre sonst echt enttäuscht. Badas, zeig dich endlich! Badas? 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 Ist dein Thron? Komm, setz dich drauf! Ich schwör dir, ich werde dir auch gar nicht wehtun. Ach, Feigling. So, gut, Toolshed, dann müssen wir hier mal wieder ran. Moment, ist hier noch was in der Kiste? Nö? Okay. Ich denke mal, wenn es zu golden ist, müsste man doch damit interagieren können. Und Bumms. Nice! Oder besser gesagt, Pups. So, was ist... Alter, was geht denn da unten ab? Meine Fresse! Ist das alles Lava? Krank. Einfach nur krank. Pups. Okay. Ich muss mir das wohl erstmal im Toolshed angucken. Alter, was? Mein Gott. Die wollen wirklich die ganze Stadt damit überfluten. Oh mein Gott. Er will die ganze Stadt zu Lava erklären. Ihr habt es tatsächlich bis zum Ende geschafft, Coon Friends. Coon and Friends, verdammt, Butters. Und jetzt wisst ihr, dass ihr zu spät kommt. Ganz Soft Park wird bald bedeckt sein von Lava. Stell dir das vor, man kann nirgendwo mehr hin. Jeder muss da bleiben, wo er ist. Für immer. Lava im Park, Lava im Dairy Queen. Das ist ein absolutes Chaos. Komm raus und kämpfe wie ein Mann-Chaos. Oh, ich bin inzwischen viel mehr als nur ein Mann. Ich habe endlich genug Alufolie, um meine bisher größte Waffe zu bauen. Es geht los. Ich käsentiere den Mechala-Klein-Chaos-Unfringen. Mexikaner machen echt alles für Geld, oder? Ich hätte viel mehr Angst, wenn es nicht so lustig wäre. Ach nein. Okay, pass auf. Los geht's, Freunde. So, darf ich jetzt bitte mal aus dem Weg gehen? Danke. So, pass auf. Einmal hier hin. Und die Leute heilen. Die noch gar nicht angeschlagen sind. Das war super schlau von mir. Ich freue mich, dass in keinster Weise. Jo, ich heile mich erst mal. Bevor ich jemanden weghauere. Kann ich den taunten? Jo, den zeige ich es auf jeden Fall. Ja, ein paar Hass-Kommentare für euch. Zeit für die Laser. So, ja. Gehst mal hier hin. Und schildest mich noch ein bisschen. Gern geschehen. Starte, Mecher-Vernichtungszyklus. Hast niemanden getroffen, du sagst. Hätte im Anflug. Chaos. Moment, du triffst jetzt niemanden damit. Oh, schade. Habe ich den Zug versaut? Okay, aber das hat er irgendwie cool gemacht. Ja, also hol ihn dir. Und ich glaube, er nimmt vier Felder ein, oder? Also kann ich ihn relativ easy treffen. So, pass auf. Natürlich, ich taunte ihn jetzt erst mal. Hier, Budders. Die neue Single von Helene Fischer. Klingt wie man es von ihr gewohnt ist. Okay, aber ich kriege immer noch den Block. Ja, das haben wir. Und ich würde sagen, du kriegst jetzt erst mal den hier ab. Okay. Sorry, ich weiß, es hat keine Wirkung, aber ich wollte es einfach mal sehen. Außerdem ist auch sie jetzt erst mal immun. Ich bin dran, ja. Diese Raketen sind perfekt für unser erstes Filmplakat. Na, da hat er sogar gar nicht mehr so inrecht. Totales Chaos. Extra scharf. Er macht zum Glück kaum Schaden. Bereit, die fette Ausrüstung auszupacken. Und ich habe die Ulti bereit. Kann ihn aber damit leider nicht treffen. Jeder macht halt einfach mal den nochmal. So. Kann ich meine Ulti treffen? Haha, er ist zusammengebrochen. Äh, was? Was geht denn jetzt ab? Sanitäter? Vor allen Dingen mit den kleinen Beinen. Okay, pass mal auf. Äh, ich kann wieder nicht zwei Leute auf einmal treffen. Also ihr verzieht euch jetzt auf jeden Fall erst mal. So, dann müsst ihr beim nächsten Zug, müsst ihr das noch gleich mit treffen. Sehr gut. Ich kann jederzeit ein paar Internetkonten hochjagen. Ja, mach das doch direkt mal. Aber erst mal Flashmob. Kommt, Leute, jetzt schön Pokémon Go. Ich habe ein legendäres Schuh gefunden. Alles okay, Lakaim? Ich bin sowas von bereit. Sind meine Leute nicht cool? Nee, die sind voll schwul, Junge. Oh, sorry, das war eine Mikroaggression. Und ich entschuldige mich dafür. Oh, warte mal. Ich muss auf Toolshed aufpassen. Für den Zorn von Humankeit. Jo, spürt seinen heißen Blick. Ist das keine reißfeste Folie? Dass mir keiner an mein Werkzeug geht. Ähm. Kann ich nicht noch den hier rufen? Warte mal, ich mache mal das hier. Den kann auch noch jemand anderes sein. Aber ich will mal Jimbo. Und wie hieß der andere? Es kommt direkt auf uns zu. Geil. Es ist einfach so cool. Also, wenn man diese Serie kennt, versteht man das. Guckt euch einfach mal die Yeti-Folge an. Boom. Danke, Onkel Jimbo. Aber Respekt, dass er das... ...ausgehalten hat. Ähm. Das war's wert. Ja, das war's wert. Ich würde sagen, das war's wert. So, komm wieder hoch. Alles wieder gut. Springen wir's zu Ende. Äh, nee, ich würde sagen, du... ...heiz dich erst mal. Viel besser. Ich hab fünf Balken und einen vollen Akku. Los geht's. Okay, sie ist dran. Und das macht ihn auf jeden Fall fertig. Sag tschüss, Watters. Lächeln. Erledigt. Sag tschüss zum Rest von deinem Körper. Oh, lass mich... Oh, cool. Jetzt hat er sowas wie einen Streitwagen. Das darf nicht das Ende sein. Zum Glück haben wir drei Fahrten gepackt. Das ist auf jeden Fall das Ende, du Trottel. Watters, du kannst deine Hunde doch nicht überall hinscheißen lassen. Wir sind nicht in Berlin. Keine Sorge, ich hab Reinigungspersonal dabei. Sagt die das auch im Englischen? Ich muss sagen, da brennt ein bisschen Zorn in mir. Hä, sagt die das auch im Englischen? Wir sind nicht in Berlin. Nee, da würdest du wahrscheinlich nicht sowas sagen, wie wir sind nicht in New York oder so. So, bist mal auf, Badass. Ich hab ein paar schwere Geschütze für dich. So, das ist ein Kampfanzug, Freundchen. Obwohl, es ist eigentlich kein Anzug. Es ist mein Körper. Ja, ich muss kompensieren, dass mein Vater meine Mutter gefickt hat. Danke der Nachfrage. Und das werde ich ihm eines Tages heimzahlen. Ja, ich hätte gerne, dass das Callgirl das Handy von Badass zerstört. Nein. Ja, und das war's, Badass. Tja, hättest du mal eine vierte Phase geplant. Aber cooler Bosskampf. Echt cool. Und ich hab einen Chaosanzug. Und Badass-Garagenschlüssel. Große Faust des Chaos zudem. Und immer noch nur 1,50. Die lassen alle nicht mehr fallen, oder? Naja. Badass, steh auf. Und du hast Hausarrest. Ja, kommt, stecken wir ihn in die Zelle. In die Zelle? Oh, hört mal, es ist ziemlich spät. Ich krieg Hausarrest, wenn ich jetzt nicht geh. Das hättest du dir vor deiner Lava-Aktion überlegen sollen. Hey, Alter. War toll, wieder mit dir zu arbeiten. Wie in alten Zeiten. Eine unüberwindbare Kluft. Leute, denkt nach. Warum sollte jemand Badass fürs Chaosstiften bezahlen? Wer könnte das sein? Vielleicht dieser Tommy Nelson. Er war immer schon ein Arsch. Setz dich, Donnerhose. Alter, du bist immer noch hier. Ja, ich bin immer noch hier. Okay. Ich dachte, sie sagen noch was. Na, was geht ab Chaos? Schön da drin. Wenn du was zu essen willst, du hast dann einmal Scheiße. So. Freunde, ich würde aber sagen, wie es hier weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Er war auf jeden Fall ein richtig cooler Bosskampf und das macht mir auf jeden Fall auch noch sehr viel Lust auf das, was da noch kommen mag. Ich hoffe, euch auch. Lasst mir bitte wie immer eine Bewertung da. Das wäre mir wirklich sehr wichtig. Oder vielleicht sogar, wenn ihr die Zeit findet, einen netten Kommentar oder sowas. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Haut rein! Outro Outro Outro